Mein Name ist Linda. Ich bin 23 Jahre alt. Ich spiele gerne Fußball. Und fahre im Sommer an den Strand in den Urlaub. Ich liebe es zu backen. Am liebsten esse ich selbstgebackene Kekse. Oder trinke eine heiße Schokolade. Das ist meine beste Freundin Sabrina. Das ist Tim. Sabrina und Tim haben sich gestern im Karneval kennengelernt. Wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann abonniere den Kanal und hinterlasse einen Like und einen Kommentar. Lerne Deutsch mit mir. Und meinen Freunden.